Der ist so frech. Dabei bin ich so hot. Arschloch. Furchtbar. Na dann gib mir mal den Shit, wo ist der Mist? Inkonceivbar. Just you wait, I bet your hands explode when... Sei ich die. Der ist einfach nur ein Böse. Was gibt's denn hier? Ist das eine Beschwörung? Ja, Beschwörung. Pass es. Was? Wie hast du das gemacht? Wow, es funktioniert! I am outside. What worked? I am outside. I don't know what to say. Let us test this range. Try to place me farther away. Do it again. Ähm, warte mal. Pushtet erstmal hier wieder das Beschwörungen. Eh, nicht Schutzgeist. Pushtet. 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 Okay. Without you, we never would have gained such a wonderful spell. I hope you know we are grateful for all you have done. It's not you, Inigo. It's her. The spell shouldn't work with just anyone. It was supposed to form a link between us. This idiot broke it! I think that maybe the spell works because of the link my friend and I already share. You should not take it personally. We three are a team now. We need each other and should not be fighting amongst ourselves. You and I are a team? All this moron can do is collect eggs. How useful is that going to be when we take on the Doomstrider? That is only one of my friend's many talents. Trust me, you could not wish for a more worthy ally. I mean, come on! You shall see. I hope you're right. I'm getting cold. I think I'll head inside. Feel free to make yourself at home and stay... I'm sure you could go as well as you like. When you leave, I'll be sure to contact you with my lesser version of the spell if I hear anything new. Thank you, Langley. I am glad we finally met. I am too. I can see you're every bit the champion this world needs. I'll see you soon. I'm sorry if I spoke out of turn earlier. I'm sure you don't mean to be annoying. Yes, I agree. Please don't take anything I say to heart. But I know I can be insufferable at times. Right. Goodbye for now. Goodbye. So, Snickchen. Wie sieht's denn aus? Was haben wir noch? Lebende Alterung fassen wir nie wieder an. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? I am glad you are giving Langley a chance, my friend. I believe he means well, even if he is not very good at showing it. I wanted to know. His heart is in the right place, I think. I find him quite amusing. Anyway, we solved the mystery of my vibrating brain, and you got a powerful new spell. A spell they do not teach at any college, I'll wager. I am still trying to digest everything Langley told me. There is a lot to sort through. For now, we get on with our lives until he contacts us again. I have a feeling we are at the beginning of a fantastic adventure, my friend. Okay. Okay, wo müssen wir hin jetzt? Hier hin. War ich da nicht schon mal? Nee. Gut, dann können wir aber, äh, da hin und dann gucken wir da rüber. Meine Kinder haben genug Geschenke, die, die ganze Tasche sind voll. Da kannst du viele Schwerden haben. Oh, la, oh, oh, shakalaka, meine Güte. Das ist schön. Da können wir gleich mal das Krieg schon fortnehmen. Das funktioniert bestimmt wieder nicht, weil... Wie geil, du könntest ruhig mal, ja? Lass ruhig mal die Faggeln rausholen. Hier sieht man auch wieder nichts. Das dürfte ja gar nicht so hardcore weit weg sein, theoretisch. Das heißt, dass wir relativ flott dahin kommen, wo wir hin müssen. Das ist definitiv gut. Meine Schätzleins kommen hoffentlich auch hinterher. Ja, die Faggeln kommt. Läuft. Oh. Oh! Oh, okay. Oh, sch... Oh, wer ist es? Ich hab' ich das Pferd mal hier. Das wird sonst ein Schindsdrasch einfach nicht. So, komm her. Dann muss ich mobsen. Beziehungsweise ausweiten oder die ganzen Sachen beleben. Mein Stein. Interessant. Das ist doch dunkel. Da macht euch nicht draus. Ich wette, das Video ist noch dunkler. Aber ich sehe auch nicht sehr viel mehr. Es ist hier halt einfach dunkel. Und meine Schneckis... ...schaffen es ja irgendwie nicht mal ein bisschen Licht zu machen. Sicher, sicher. Sind hier Leute? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich hier schlafen? Ja. Bisschen schlafen, bis es hell ist. Oh, was sehen kann ich auch. Ah, oh! Oh, Licht. Oh, ich wär blind. So, was gibt's denn hier? Ich denke, es tut mal einen Scheiß weg. Einen Sack mit Karotten nehme ich mit. Sind gesund und gut für die Euglein. So, dann auf, auf. In's Grab. Was ich nicht aufbehacke. Aber ich kann Schlüssel ab. Wieso hab ich keinen Schlüssel? Darling, hast du einen Schlüssel? Wieso wollen wir denn Schlüssel? Warte mal, oh Gott. Also wenn ich die Schlüssel jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten finde, dann brech ich die Tür auf. Ein Niederschlüssel, please. Und Karotten. So, Mist. Ich geh jetzt runter. Ich mach das jetzt. Kann ich ne Zeit zu verlieren. So. Amen. Wenn man nicht warten kann, benutzt man einfach Cheats. Bestimmt Leute irgendwo. Oder? Hallo dear friends. Das ist aber auch wirklich kein Po, ne? Also gar keiner ist hier. Niko erschreckt mich nicht so. Das ist nicht nett. Die haben Pilze und so'n Scheiß. Jeder schreit, nehm ich mit. Besonders hier einfach gar keiner ist. Ich denke, dass in der Ausgrabung steht. Warum ist es hier nicht? Oh, hier ist was. Ich möchte das aktivieren. Nächte. Nächte. Ich kann das auch nicht machen. Komm ich denn hier durch? Springt mir das irgendwas? Ich bin verwirrt. Oh. 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 Ich seh da hier aber auch nischt, ne? Hier ist aber auch nischt. Und so gar nix. Nix ist hier. Also Sachen, wo man sich verlaufen kann. Besonders... Das macht dat hier auf. Aber wat bringt mir dat? Nicht. Ich guck jetzt einfach hier runter. So. Was bin ich hier? Was mach ich nur? Jetzt geh ich mir hier wieder hoch. Und... Hab absolut keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Das ist super. Sehr gut, Kitty. Oh, what the... Okay. Alles klar. Alles klar. Oh. 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 Das ist ein big guy. Okay. Ja. Hm. Äh. Was muss ich hier tun? Finde die Bruchstilze. Aber let's von Gaunt. Du schnarrn. Okay. Ah, das ist doch das Kack... Das Kackding. Hör doch auf. Oh, willst du nicht in meine Inventartasche? Gib mir das. Das Spiel backt doch rum. Kannst du mir nicht erzählen. Noch mehr E-Trücken geht nicht. Ja, aber es ist blöd hier. Das ist doof. Ich hab schon irgendwas verpasst. Ich weiß nicht, ich hab irgendwas verpasst. Jetzt darf ich hier wieder rausgehen. Dann passiert vielleicht irgendwas. Was? Dann kommen wir hier vielleicht weiter. Oder wir lassen es einfach ganz sein. Ich mein, das kann ja jetzt nicht angehen hier. Du machst dir so viel Mühe, um hier reinzukommen. Ja, cheat ist extra. Das hast du nicht gesehen. Da passiert aber nichts. Nur Schwinnibums hier. Nur Schwinn. Warum sind hier Eier? Warum sind hier Eier? Was machen die Eier hier? Versuchen wir mal, hier heilig wieder rauszukommen. Hier ist ja nicht. Ich bin der Psch. Das kann es auch so. Ja, hm. Naja, das wollte ich jetzt nicht ganz so. Ich wollte das lassen, aber auch was. Okay, ist es hier. Was haben wir noch? Versprochen. Nein, das wird nichts. Einfach finde heraus, wonach die Vampire sucht. Nee, das will ich jetzt nicht. Treff Malborn in Einsamkeit. Sucht der Will von mir Rack auf. Ja, eins von beiden kann man machen. Das ist die Hauptquest. Das klingt ganz gut. Ich war noch nicht in Einsamkeit. Das ist voll komisch. Du musst jetzt in Einsamkeit laufen. Na, gute Nacht. Ich so ein Stückchen von dem Punkt aus. Pack ich mich einfach auf meinen Gaul. Komm mal da hin rein. Läuft. So. Mein Hoddy. Wo ist es? Hier. Wer hat das Pferd? Wir müssen dort endlich. Nehme ich zumindest an. Ja, das sieht gut aus. Also irgendwie hier so lang. Irgendwie da so hin. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Komische da hin. Die wollen mich veräppeln. Die wollen mich veräppeln. Ich Карalschutes. Hm. Hm. Komm schon da hin. Ohne Spaß. Heute läuft gar nichts. So nichts läuft heute. Weißlauf. Ja komm, wir gehen einfach mal zu den Stellen von Weißlauf und lassen uns dann dahin kuschieren. Ja? Dann find ich wenigstens gleich einen Eingang. Eventuell. Zumindest das. Furchtbar, da bist du nur von A nach B und es funktioniert alles nicht. Und ich weiß, die Möge auch nicht. Ich wollte nicht. Nur Terz. So. Hey Typ. Ja. Pass auf, nach Einsamkeit. Na dann los. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Schöner halt der Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusste die. Da gibt's Hauptstädte. Was? Okay. So. Sind wir hier richtig? Na Halleluja. Okay. Schneckchen, es kommt. Wir müssen nach Einsamkeit. Oh, Kajitis. Gut zu sehen. Gut zu sehen. Ich heiße euch willkommen, Freund. Werft einen Blick darauf. Aber erst mal grinsen, ey. Du süß. Ich mag ich. Was hast du denn hier für Zeug? Oh. Das sieht nett aus. Ist auch schlechter als das, was ich habe. Aber ich nehme schon, damit ist es hübsch. Hm. Bekleidung. Oh. Das gebe ich in Nico. Äh, das gebe ich nicht in Nico. Das gebe ich, ähm, Bikai. Oh. Hier gibt's Sachen. Meine Fresse. Was hat der hier in seinem Täsch hier? Ich weiß, Schatz, aber ich muss dir was geben. Ich kann dir nichts geben. Warum ist dein Scheiß hier schon wieder? Gib mir mal den Mist hier. Nee, brauchst du alles nicht. Gib mir das und das. Ich trage jetzt dafür, ich kann nicht rennen. Das ist toll. Gib mir das. Und dann gibst du mir noch... Was ist das denn? Gruselig. Das. Und dann kann ich dir vielleicht endlich mal das geben, was ich dir geben möchte. Und zwar... Kann ich dir bestimmt was geben. Die kann ich dir nicht geben. Och, Freund. Was hast denn du hier immer alles dabei? Gib mir den Mist. Das auch. Und das. Und das. Und das auch. Und das. Und jetzt möchte ich dir die Sachen in die Hand drücken. Und das auch. Das auch. Und die Hose. Und das. Und das auch. Geht nicht schön. Und das sieht so aus. Dann lass uns continue. Siehst so aus. Wir müssen bald unsere Wanne vorgegangen. Wenn wir ein Moment haben, wenn wir ein Moment haben, würde ich etwas mit dir diskutieren. Ich würde mich etwas mit dir diskutieren. Ich würde mich mit dir diskutieren, wenn wir irgendwo safe sind. Ich würde mich mit dir diskutieren. Langley's Haus wäre eine schlechte Idee, doch. Was ich möchte diskutieren, hat ihn. Oh. Schatz, kann ich dir jetzt erst mal was in die Hand drücken, bitte? Ich möchte dir Sachen geben, weil ich habe Sachen. Und du brauchst Sachen. Nee, das sind deine Sachen. Die will ich nicht. Das kann ich dir geben. Das kann ich dir das hoch. Das auch. Das. Und das. Geht nicht. Das und. Äh. Ja, das passt schon. Ähm. Schnecke, wie sieht es aus bei dem Nahkampf? Wie sieht es gar nicht. Ich gebe dir einfach mal irgendwie alles hier. Dann schleppe ich das nämlich nicht rum. Hi, 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 hi. So bitte schön. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Die Luft ist so klar in ihm. Eine Schade. Warmer Sand, Freud. Na schön. Aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schuhe nicht. Alles bald. Das kann ich mir zeigen, dass man jetzt tragen kann. Dankeschön. Sehr froh. Neue Stufe. Tch. Tch. Äh, magiker. Äh, nee, eigentlich Gesundheit wäre nicht schlecht, denke ich. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Oh, Schlösserknacken. 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 Ja. Ja. Leerling. Ja. Leerling. Linke Hände. Du kannst die Schlösserknacken ohne entdeckt zu werden. Ja. Immerher damit. Wacht. Verleiht dir automatisch ein Abbild des Schlüssels eines geknackten Schlosses, wenn es einen gibt. Wat? Also, ich muss ein Schloss aufknacken und kriege dafür einen Schlüssel. Aber das ist doch blöd. Na gut. Danke, Schnecke. So. Wie sieht es hier aus? Ich hoffe, ihr kommt wiederum mit uns zu handeln. Na immer, Schatz. Immer. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit weg. Ich will keine Armee gerade, danke. Ich will mich einfach mal hier irgendwie rein und mich gewöhnlich irgendwo hinsetzen. dass ich mit Kai quatschen kann. So. Die dürfen, Onkel Rock, mir nichts antun. Sagt ihnen, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Ihr habt uns ja. Ich hoffe, das wird ein mutually beneficial exchange sein. Gib mir diesen Scheiß. Der ist hässlich wie Sau. So. Schatz, gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Das ist super hässlich. Tut mir leid, Schatz. What's next? Ihr solltet dir sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivian. Rockwyr, ihr habt Ulfrig Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfrig geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner. Ulfrig hat Torek herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns, Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Also gut, Rockwyr, neige den Kopf. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sorgengarde. Ihr habt nichts gesehen. Oh Gott. Erstmal gucken, was gibt's denn hier so? Ich glaube, hier kann man Klamotten kaufen. Komm in und shut die Tür. Hallo, Freund. Stiefelhosen, Abendroben, im Grunde Kleidung für jede Gelegenheit. Das ist ein Schmeier. Wirklich alles, ja? Oh, mein Hochzeitskleid. Was die alles hat? Meine... Ja. Schon definitiv einiges. Kann ich dir auch irgendwas geben? Verkaufen quasi. Okay. Stay safe. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Nico läuft gerade rum wie der letzte Depp. Puschen. Der macht Sachen. Wo gibt's denn hier mal irgendwas zum Chillen? Ja, schon mal nicht. Was zum Chillen? Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Was zum Chillen? Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch... Ähm... Friedhof... Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Das ist ja mal hier. Also... Wimmer nochmal im Hintergrund. Hih, ich bin eben. Das ist ja mal, ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja mit. Das ist ja mal. Gibt gehen, die... Das ist ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja auch mal. Und dann geliefert. Hey, wollt ihr Fang spielen? Hallo, Freund. Wir sollten noch mal ein paar Mal sprechen. Ja, Freund. Ein leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Einfach rumliegen, ne? Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weitergehen? Wir können einander helfen. Ich will deinen Hut. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer aufgrund. Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Ja, ich suche hier gerade irgendeinen Laden, wo ich ein bisschen sehen kann. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Aber das ist gar nicht so leid. Doch, hier! Hier, oder? Hier. Der Winkingsgeber, na klar. Da ist doch der komische Typ, den ich treffen wollte. Da kann ich mich erstmal hin jetzt. So bin ich kein, Schatz. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ach, Gollum Eye ist auch hier. Ich singt immer noch vor sich hin. Schatz, jetzt nicht mehr... Oh, okay, okay. Schatz. Mein Freund, mindst du, wenn ich dir etwas fragte? Okay. Langley ist ein sehr interessanter Mann. Er weiß viel über mich und es gibt ein großes Beispiele, dass seine Visions normalerweise passen. All das gesagt, wir haben ihn nur noch einmal gesehen. In deinem Herz von Herzen. Denkst du, dass wir ihn vertrauen können? Er weiß, was das Rachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden die Wände. Es ist schwer zu erzählen, was diese anderen Motiven sind. Ich glaube, dass das Donkert ist. Ich glaube, dass er unsere Liege ist. Aber dein Meinung ist wichtig. Ich denke, dass er eher gut ist, aber vielleicht sollte man sich wehren, in diesem Fall. Ich danke Ihren Insight, mein Freund. Es gibt noch etwas anderes, ich bin compelled zu mentionieren. Wenn du außerhalb von den Ecken bekommst, ich sagte Langley über wie du mein Leben und mein Debt hast. Er fragt meine Erinnerung. Er fragt meine Erinnerung, die Grief und die Endlessen Battles und so weiter. Er fragt mich, dass du nicht die Person ich erinnerst. Was soll Langley wissen, wie ich? Er weiß nicht, wie ich mich. Er weiß nicht, wie ich unsere Erinnerung. Nein, ich will nicht so eine solche Idee. Ich weiß nicht, wie ich weiß. Ich weiß nicht, ich würde dich irgendwo kennenlernen. Du bist mein Freund. End of Story. Er ist einfach nur jealous von unserer Freundschaft. Payet no mind. Anyway, das ist alles, was ich wollte sagen. Let's uns sprechen über andere Dinge. Bitte, mein Freund, drop es für jetzt. Vielleicht später. Mach neke. Du willst eine Performance Review? Okay. 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 I will list some of your attributes. Here we go. You smell of filthy dragon parts today. Thank you. You are very rich. Um. You've done a little time behind the bars. Haven't we all? Mhm. Your travels have taken you to a few interesting places. But much of Skyrim is still a mystery to you. You own your own home. That is a big positive in my book. Let me think. You are getting very good at hurting things with magic. You are healthy. Try to stay that way. You are not much of a conversationalist. I do not take it personally. You are strong, free and single. You are a precise killing machine with one handed weapons. You are almost as skilled as me. Thank you. You were saved from the executioner's axe by the very force that now threatens this land. You could be our only hope. No pressure. You have great fashion sense. Uh, let's see. You enjoy two handed weapons and have learnt to use their clout against your enemies. Just watch you do not drop one on your toe. They are heavy. You are not into politics. Uh, what else? You do not seem to be practiced in the art of stealth yet. You enjoy a book from time to time. Reading has increased your knowledge. You like to haul around random useless items for some reason. I believe that you are my equal when it comes to archery. Uh, that was hard for me to say. Let us move on. Now, how do I conclude? You have become powerful, my friend. You have righted many wrongs and your name will live on long after our bones are dust. You asked for my opinion and now you have it. I hope you did not mind my honesty. That's super sweet. I am thinking I am relieved we got to the bottom of my mind problem. I am thinking you are wearing an amulet of Mara. And that while you are quite a catch, I am not interested. It would ruin our friendship. Whaaaaat? That Midori in Whiterun had a major pest problem. The evil wizard in the basement wasn't helping matters either. You should have been paid extra. Oh. 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 you should be here. You know. It's amazing. Something… Need to maladive the use of… it's so much… If all you do have time, you do the system, Coachいきlo and lazuli… so if everyone knows how to do this…